Beim Öpfe abzuschauen, ich habe es weggeschmissen, Bananen, die sie es gekriegt haben, die kann überall in die Dusche drin gehen, original Toastbrot, weggeschmissen, Milchbrot, die ganzen Lebensmittel schmeißen weg, Mineralwasser, die großen Machen, schmeißen sie weg, dann sagen sie, das Mineralwasser ist warm und Kohlensäure, 75% können aufstehen, die Nassenfätze umgekloppt, das ist so, wirklich, das ist so, und wie sagt die Presse, Fernsehen, die bringen nur diese Arme, wie sie da sind, da sind wenige Arme, und schauen sie, man hat die jungen Leute, die sind um die 30 Jahre, sie gestalten, die haben alle gehört, da schmeißen sie das Fressen weg, und kaufen sie das Zeil, ja, die haben auch Geld, die möchten, genug Geld, wie sie geschalten sind, wow, ein Verbrecher, das ist ein Rote, das ist ein Rote, das ist ein Rote, das ist ein Rote, so muss ich hinkehren normalerweise, da gehen alle nach Amerika um, und dann kommen wir, da haben wir den Kriegsdach, die Wacht, die Schiffdach, die von der La Rousseau, und das ist ein Rote. Unbekannteいました uns, was? Das ist toll, was? Ich gehe mir! Ich gehe. Das war's für heute.